Hey ihr Spartaner und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, es gibt heute mal ein bisschen was anderes, nämlich kein Tutorial, denn ich bin mit Stefan, einem echt coolen Spartaner unterwegs und wir machen heute einen Ansitz. Das heißt, wir werden heute richtig schön mit frischen Köderfischen hier auf Zander einen Ansitz machen. Bevor wir starten, wird aber erstmal das ganze Lager hier aufgebaut. Also, bis gleich. Zander Im Grunde hier eine ganz einfache Grundmontage. Wir haben einen sinkenden Spirulino, der auf der monophilen Hauptschne läuft. Dann einen kleinen Stopperperle für den Knoten und einen ganz normalen Einhänger mit einem Törnchenwirbel. Und da kommt jetzt am Ende natürlich unser Vorfach dran. Bevor wir jetzt das Vorfach einhängen, müssen wir natürlich unseren Köder auf das Vorfach ziehen, denn wir nehmen einen Köderfisch und ziehen ihn mit der Ködernadel auf das Vorfach drauf. Okay, also wir ziehen den Köderfisch ganz einfach mit der Ködernadel auf, stechen in den Kopf ein, denn dort kommt dann später auch der Haken raus. So, einfach das Vorfach einhängen, zack, rein da und dann sitzt der Köder viel, viel besser drauf, rutscht einfach runter zum Haken. Und dann seht ihr es hier, die Hakenspitze kommt dann perfekt vorne im Kopfbereich raus, weil der Zander meistens halt den Köder wirklich aus dem Kopfbereich nimmt und dann perfekt vorne im Maulwinkel gehakt wird. So, so sieht das Ganze aus. Wichtig ist, dass ihr hier immer noch so ein bisschen Abstand lasst. Also nicht perfekt am Köder, am Körper dran liegen lasst, sondern hier noch so ein bisschen Abstand und das funktioniert. Zu guter Letzt machen wir noch hier hinten einfach so einen halben Schlag und dann zieht ihr hinten die Schwanzflosse auch nochmal fest mit diesem halben Schlag. Dadurch staucht sich der Köder nicht, also der Köderfisch beim Wurf und zieht sich so am Vorfach zusammen, sondern liegt schön straff. Und wenn ihr dann einfach zieht, dann löst sich hier die Schlaufe vom Köder und dementsprechend habt ihr auch keinen Knoten im Vorfach oder sowas. Also auch eine klasse Sache. Alles klar, super einfache Montage, Freunde. Richtig Indianermontage. Habe ich ja eben schon gezeigt, freilaufender Spiro. So, das Vorfach mit dem kleinen Köderfisch, wirklich so fingerlang, also nichts Besonderes, schön mundgerecht. Und gegen Abend ziehen die Zander hier an der Kante lang. Heißt, ihr müsst nicht mega weit rauswerfen. Macht einfach nur ganz entspannt einen Wurf. Ja, so fünf, sechs Meter raus. Lasst den absinken. Und das war es eigentlich schon. Wir haben hier die Bissanzeiger, die geben uns Bescheid, wenn ein Fisch den Köder nimmt. Wichtig ist, von der Route, von der Rolle, da gibt es nichts zu beachten. Das heißt, ihr könnt da echt alles Mögliche, jedes Mögliche Gerät nehmen. Wichtig ist die Montage. Ihr könnt eine alte Teleskoproute nehmen, eine High-End-Spinnerroute, scheißegal. Wichtig ist, dass die Montage wichtig ist. Wichtig ist, wenn ihr jetzt mit der Grundmontage fischt auf Zander, macht den Bügel auf, damit der Zander wirklich frei den Köder nehmen kann, ohne dass er Widerstand spürt. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick, den ziehe ich jetzt hier mir aus der Hose raus, nämlich ein Gummibändchen. Dieses Gummibändchen, das knotet ihr jetzt hier einfach um euren Blank. Zack, nichts Besonderes. Einfach einen halben Schlag, einen Hausfrauenverzweiflungsknoten, wie ihr wollt. Einfach, dass das hier sitzt. Schaut nochmal, dass ihr ein bisschen Spannung hier drauf habt. Dann nehmt ihr eure Schnur, macht hier so eine Schlaufe und steckt die Schlaufe einfach unter das Gummibändchen. Das Gute ist jetzt, wenn jetzt Wind kommen sollte, dann ist es ja scheiße, wenn der Wind die ganze Zeit die Schnur von der Rolle zieht und damit komplett unseren Kontakt zum Köder verliert und so weiter und so fort. Jetzt sichert das Gummibändchen sozusagen, wenn jetzt ein bisschen Wind aufkommen sollte. Aber wenn jetzt der Zander zieht, dann zieht er ja hier an der Schnur. So ein bisschen viel Schnur hier. Aber er zieht hier vorne an der Schnur, zieht die Schlaufe raus. Zack, die Schnur liegt frei und er kann ganz frei abziehen. Währenddessen geht natürlich der Bissanzeiger los. Und wir haben perfekt den Zander erwischt und der richtigen Falle gestellt, ohne dass er irgendwas merkt. Und wir haben perfekt den Zander erwischt. Wir haben uns jetzt ein paar richtig schöne Berner Würstchen gebraten. Natürlich schön in Brötchen, klassisch. Das Lager ist soweit aufgebaut. Wir haben dafür gesorgt, dass wir hier keinen Blick mehr auf das Wasser haben, um einfach komplett uns abzuschirmen und sich voll auf die Würstchen zu konzentrieren. Das ist der Ketchup. Ist ganz egal wie alt man ist, ist trotzdem lustig. Aber natürlich, hier ist viel Zeug. Wir haben natürlich auch hier eine Mülltüte dabei. Das heißt, lasst euch nicht erschrecken von dem ganzen Zeug hier. So ist das halt, wenn man eine Nacht am Wasser verbringt. Und deshalb auch der kleine Appell an euch, wenn ihr unterwegs seid, schnappt euch am besten hier so eine Mülltüte. Da könnt ihr sofort den Müll reinmachen. Und natürlich auch Müll von anderen, den ihr an der Stelle seht. Packt den einfach auch mit in den Müll rein. So, wie die Orang-U-Tans wird hier der Schlafplatz für die Nacht vorbereitet. Das sieht auch gut aus. Ich habe mehr so die Dschungel-Afrika-Edition. Und Stefan macht hier einen auf... Beach. Baywatch. Einfach eine Runde Baywatch. Einen Tag mit der Familie am Strand. Machst du noch eine kleine Wolldecke drauf, Schatz? Ja. Klasse. Ja, das ist unsere Liege, ne? Ich lasse das Handtuch drauf. So, Freunde, es ist jetzt kurz nach elf. Wir werden einfach jetzt mal das Ganze aussitzen und hoffen, dass die Zander gleich an der Kante vorbei ziehen. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wahrscheinlich nicht. Die Routen stehen bereit. Ich kriege alles mit in meiner Hängematte und werde jetzt ein bisschen die Augen zumachen, aber die Biss-Anzeiger sind ja scharf. Also, in dem Sinne, wir halten euch auf dem Laufenden. So, Freunde, ey, aus dem... Oh, scheiße. Hört ihr das? Der Erste Biss. Ich sehe nichts. Aber der zieht richtig. Und hängt. Man sieht nur leider nicht so wirklich die... So sollen sie aussehen. Und der Köderfisch... Der Köderfisch lugt da aus dem Maul hinaus. Perfekt. Das ist der Erste. Schöner kleiner Zander. Schönen guten Morgen, Freunde. Ja. Ich bin noch nicht so hochgefahren. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Es ist kurz nach sechs. Es ist leider bei dem... Bei dem einen Fisch geblieben. Und auch nur bei dem einen Biss. Aber was soll's. Hauptsache, einen Fisch, beziehungsweise einen Biss gehabt. Das ist klasse. Das heißt, im Grunde ist der Plan aufgegangen. War halt nur einer, der heute Nacht Bock hatte zu beißen. Aber macht nichts. War trotzdem sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht, draußen zu pennen. Und jetzt riecht es hier schon wieder lecker nach Würstchen. Morgens um sechs. Mensch, Stefan, ich glaub, wir essen jetzt mal ne Wurst zum Frühstück. Ich bin noch nicht so hochgefahren. Das ist doch nichts als ein ausgeprobenes Frühstück. So, ihr Spartaner. Das Lager ist abgebaut. Ihr seht es hier. Wenn ihr das auch mal draußen macht, wenn ihr euch so ein Lager aufbaut, oder allgemein, egal, wenn ihr einfach draußen am Wasser seid, dann achtet einfach darauf, dass, wenn ihr den Spot verlasst, es genauso aussieht wie vorher. Als wärt ihr gar nicht da gewesen. Das ist immer am besten. So, wir werden jetzt die Sache noch mal zum Auto bringen. Wenn du jetzt neu dabei bist, du siehst den komischen Typen hier zum allerersten Mal, und du möchtest vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Gummifischangeln auf Zander lernen, dann schau dir am allerbesten hier unten die Links in der Videobeschreibung an. Da habe ich unter anderem ein cooles Video für dich verlinkt, zum Thema Köderführung. Und da gebe ich dir einen echt coolen Trick mit in einem detaillierten Video, wie du jetzt deine Köderführung beim Gummifischangeln auf Zander verbesserst. Das ist auch mehr so meine Königsdisziplin, sage ich mal. So, aber heute war natürlich auch ein toller Tag, beziehungsweise eine tolle Nacht auch. An der Stelle auch nochmal eine Anmerkung an alle treuen Spartaner, die jetzt lange gewartet haben, denn seit heute, vermutlich seit gerade eben, wenn du das Video am Sonntag hier siehst, ist jetzt endlich der Spartaner Store online. Das heißt, du kannst dir, wenn du möchtest, ein entsprechendes T-Shirt von Spartan Fishing oder hier so ein Hoodie sichern. Das Ganze ist jetzt online. Ich habe hier unten den Link in der Beschreibung gesetzt. Das Ganze läuft jetzt noch ein paar Tage. Kannst du dir noch diese T-Shirts oder Pullis sichern, auch noch mit einem schönen 15% Rabattcode. Kriegst das Ganze einfach günstiger jetzt am Anfang. Und dann freue ich mich darauf, vielleicht ein cooles Bild von dir zu sehen am Wasser, mit einem T-Shirt oder mit einem Pulli, vielleicht natürlich auch mit einem Fisch. Das wäre der Hammer. Du kannst mir einfach eine Nachricht bei Facebook, Instagram oder per E-Mail an Info jetzt, Baden-Fishing schreiben, ganz egal. Wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr gerne mir eine Nachricht schicken oder aber hier unten in die Kommentare jetzt einfach eine Frage stellen. In dem Sinne, falls euch das Video gefallen hat, dann drückt doch bitte auf den Daumen nach oben. Wenn du neu auf dem Kanal bist, du hast noch nicht abonniert, dann drückt doch bitte hier unten auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Dann verpasst du auch kein neues Video hier mehr auf dem Kanal. In dem Sinne, Freunde, ich wünsche euch eine tolle Zeit am Wasser. Genießt die Natur, geht raus, genießt das Wetter, egal ob es toll oder schlecht ist und habt einfach eine tolle Zeit am Wasser. Bis dahin und ein kräftiges Ahu. Euer Gerrit von Sport & Fishing. Ciao.